Wolfgang Vöge ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Vöge begann seine Profikarriere 1975 bei Borussia Dortmund in der 2. Bundesliga. Er stieg sofort in der ersten Saison in die Bundesliga auf. 1980 wechselte er dann zu Bayern 04 Leverkusen, wo er bis 1984 spielte. Anschließend wechselte er in die Schweiz zum FC Lugano, wo er zwei Jahre spielte. 1985-86 wurde er mit 29 Toren Torschützenkönig der Nationalliga B. 1986 dann holte ihn der FC Winterthur, wo er ein Jahr blieb. Seine Karriere beendete er 1988 beim FC Zürich. Vöge hatte in seiner Karriere 223 Einsätze in der Fußball-Bundesliga und 14 Spiele in der 2. Bundesliga. Heute ist Vöge in der Schweiz als Spieler- und Trainerberater tätig. Hier trat er insbesondere als Berater Matthias Sämers in Erscheinung.